Einmal nebeneinander euch stellen. Einmal nebeneinander stellen. Ihr redet jetzt wieder beim Boxkampf. Kämpfen, kämpfen, kämpfen! Los, los, los! Was ist das? Das war der Kauschler! Vorsicht! Alles gut auf dem Weg? Ja. Ja, gut! Die? 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 Ah, okay! Das ist das! Das ist das! Was ist das? Das ist das! Das ist das! Die? Oh, schlimm! Wir hätten die Wahl! Das sind zwei Holzköpfe, tritt sie umbärmt und da kann man Gräser pflanzen, dann wachsen aus denen Gräser oder Haare sozusagen und die kosten jeweils 20 Cent. Das ist ein Gräser, der ausgegeben wird 3,50 Euro. Das ist ein Buch, das kostet 50 Cent. Das ist ein Nintendo-Spiel, das heißt verwunscht und das kostet 2,50 Euro. Und das ist ein Janos-Buch und das kostet 3 Euro. Wo ist er? Da! Dann komm mal rüber. Einmal durchlassen, den Leonard. Applaus, Applaus. So, du bekommst eine Metallknudel ein. Super. So, einmal Pistach-Pingurin passen zum Tierthema. Applaus. Melina haben wir einmal. Segelmeier. Melina, ist die Melina hier? Melina? Keine Melina da? Wie viel hast du denn eingenommen? Elf Euro. Ungefähr elf Euro. Ich heiße Lisa. Ich habe Bücher, Spiele und Kuscheltiere verkauft und habe 9,50 Euro eingenommen. Nachfolger, Spiele und Kuscheltiere beitragen. Sie Untertitelung des ZDF, 2020